It's written in the stars, you can be a popular, you can be a popular. All tricks wie alles gut zum Geburtstag. Sag mal, was nimmst du heute mit zur Schule? Nimmst du Schranzen mit? Hör auf! Wenn du so schon wieder anfängst, kannst du gleich gehen. Ich sag ja nur, du machst genau das, was du manchmal immer vorgeworfen hast. Frau Schuster dann so, Beatrix, das hab ich dir jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Nächstes Mal landest du beim Rektor. Ja, ich weiß, manchmal übertreibt sie wirklich. Rutsch mal. Du lässt dich schlecht behandeln. Du suchst dir die falschen Partner. Ich kann diese ganze Scheiße einfach nicht. Was? Lasst euch nicht stören. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020